Guten Morgen, Leute! Es ist der krasseste Tag der Welt! Okay, Leute, ihr glaubt es jetzt nicht, gell? Das ist das Datum, was ich halt bekannt gegeben habe. Okay, es ist so krass, Leute. Es ist so krass. Es ist alles so an... Ich hab der Lina auch Sachen geschenkt, aber ich war jetzt ein bisschen verpeilt, weil da fehlen Zügel. Ich hab ein Gebiss vergessen zu machen. Das Material für das Halfter ist nicht angekommen. Ja, also die Lina kriegt noch ein paar Sachen nachzüglich zugeschickt, ja? Danke. Ja, und ich kann dich einpacken, wie man sehen kann. Ah, Stimme zu den drei Tagen. Yay! Ah, das lügt dir geil, das ist geil, das ist geil! Ja, sie hat noch Haare von mir geschenkt bekommen. So eine Freundin aus der Schule, die hat mir Schokolade gemacht. Aber auch ein Haar noch, ich will sie nicht mehr, das ist auch. Ja, I'm sorry, ich haare schlimmer als so ein Hund. Du bist jetzt so ein Fledo-Mensch und sammelst meine Haare und versuchst sie so nicht zu klonen. In dem Fall, ne Lina? Ja, und ich hab von jetzt, das muss ich auch noch kurz zeigen. Einmal diese wunderschöne Gerte von KB bekommen mit diesen Gebissscheiben. Natürlich in pink, für Roxy, weil Roxy ist pink. Dann hab ich noch diese unfassbar schöne KB-Trend zu bekommen. Auch da nochmal danke! Die ist so schön und schaut euch diesen Stimmen an, wie geil der einfach ist. Und hier noch Fliegenohren, wo Roxy und Lina draufsteht. Danke auf jeden Fall. Wenn die jetzt nicht passen, dann bringe ich mich um. Aber die könnten auch theoretisch Holly passen, dann steht da halt Roxy drauf, aber das ist egal. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass sie nicht passen, Leute. Na, zum Beispiel brech ich Roxy die Ohren. JÁNbereich JÁNbereich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020